Michael Vasilianis ist jetzt bei uns als Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie oder auch IGBCE, kurz, wie es so schön heißt. Die Gewerkschaften waren ja immer diejenigen, die gefordert haben, dass die Verantwortlichen der Krise auch zur Verantwortung gezogen werden müssen, Herr Vasilianis. Wenn Sie jetzt schauen, was bisher passiert ist, wie geht es Ihnen dabei? Es ist noch einiges zu tun, würde ich mal sagen. Wir sind schon enttäuscht darüber, dass die Themen, die seit einiger Zeit diskutiert werden, die Transaktionssteuer an den Finanzmärkten, die Bankenabgabe, so wie es zumindest notwendig ist, noch nicht umgesetzt sind. Das klingt jetzt alles noch sehr diplomatisch. Ärgert Sie das nicht, dass es noch immer keine Bankenabgabe gibt, dass es immer noch keine Finanztransaktionssteuer gibt? Und wenn ja, was von beidem würden Sie denn eigentlich empfehlen? Ich würde beides empfehlen, weil die Bankenabgabe eine strukturelle Abgabe ist, die die Institute selber je nach wirtschaftlicher Lage einbezieht in die Finanzierung eben auch unserer Gesellschaft und unseres Staates. Und die Transaktionssteuer verteuert eben die Geschäfte, die uns vor allen Dingen in diese Finanzkrise hineingebracht haben. Und das ist weltweit notwendig, das ist aber auch in Europa und in Deutschland notwendig. Deswegen Ihre Frage beantworten. Natürlich ärgere ich mich auch darüber, aber man kann ja nicht das Leben mit Ärgern verbringen. Gut, notwendig ist es, aber jetzt haben wir ja schon im Beitrag gehört, also die Briten, die zögern immer noch, die sagen, wir machen nur mit, wenn alle anderen auch mit. Die USA will eigentlich gar nicht so richtig. Wie will man das denn durchsetzen? Wie will man denn diese Mehrheit brechen eigentlich, diesen Marktdominanz? Also es geht zunächst einmal darum, dass gerade die Briten und die Amerikaner natürlich eine Menge Vorteile aus der jetzigen Situation sehen. Sie sind die Standorte, in denen die Krise in besonderem Maße auch getrieben worden ist und die hoffen eben auch durch einen unregulierten Finanzmarkt jetzt wieder zu profitieren. Das muss man, haben Sie auch schon, tun Sie auch und das wissen Sie natürlich auch und deswegen verzögern Sie diese Regelungen. Ich glaube, dass internationaler Druck und auch eine Transparenz in der Diskussion notwendig ist und dafür sind natürlich auch die Konferenzen wichtig, die jetzt da sind. Ich erwarte von der deutschen Regierung und von den Europäern insgesamt, mit Ausnahme dann der Briten, die die Sonderrolle spielen, gerade mit Blick auf unsere europäischen Themen, dass dieser Druck auch gemacht wird und da klare Worte gesprochen werden. Auf dem G20-Gipfel werden auch Vertreter der Gewerkschaften dabei sein, von Deutschland aus, Michael Sommer. Glauben Sie tatsächlich, dass die so viel Druck ausüben können auf diese ganze Runde, dass da was passiert, sich was bewegt? Ja, zunächst einmal ist es wichtig, dass eben auch die gewerkschaftliche Seite dort eine Stimme hat, dass auch die deutsche Politik, die sich zumindest an dieser Stelle, was Bankenaufgabe anbelangt hat, zumindest erklärt hat, bei der Finanztransaktionssteuer sind wir noch nicht so klar, dass das dort sehr offen und klar diskutiert wird. Die Amerikaner kann man natürlich nicht zwingen, sondern nur überzeugen. Das ist so im internationalen Zusammenhang. Das darf man aber nicht aufgeben. Und ich glaube auch, dass die Menschen diese Wut verspüren, die Sie vorhin erwähnt haben. Und das ist etwas, wo sich Politiker am Ende des Tages doch sehr sensibel zeigen. Bin ich sehr gespannt. Michael Vassiliadis, erst mal ein bisschen her.